ja könntest ja warte kurz ist gerade jemand neben mir ja ich hör dich jetzt ich hab den Roboter wieder gehabt kein Problem komm hierhin wo wir gesagt haben ja ich komm dahin ich war gerade einer von der Baron aber das war ein Kopp komm dahin man ja komm ich bin fast tot geh weg dankeschön meine Freunde ich bin wieder da dankeschön mein Freund willkommen dann wir gehen da rein man ich bin ich bin ich bin Warum bist du ein Wasser-Dreener? Dankeschön meine Freunde, Bebe. Danke, Danke. Ich habe eigentlich gedacht, ich habe das gefixt, aber anscheinend doch nicht. Wie ist mein Freund? Dankeschön und Willkommen. Ich glaube, das war es mit dir. Aber ich kann mein Fahrrad nicht mehr aufheben. Meins ist auch weg, ich habe meins gewaschen. Meins ist dringend stein wie das Schwert, man. Cheesy mein Freund, Dankeschön, Willkommen. Spampt man bis der F5, damit die Leute das wissen können. Warum kannst du dein Fahrrad nicht aufheben? Ich weiß nicht, der liegt da einfach. Aber ich glaube, hier in der Nähe ist eine Garage, komm wir gehen dahin. Hast du geguckt, ob der vielleicht wieder dein Lenkwatschloss drin ist? Der ist zugeschlossen, aufgeschlossen, zugeschlossen, aufgeschlossen. Der ist auf, guck mal. Jetzt kann ich aufheben. Tut mir leid, bist du tot jetzt? Nein. Zum Glück. Komm, wir laufen zur Garage. Wo? Ja, hier vorne. Ah, okay, ich weiß auch nicht. Komm, wir rennen dahin, wir machen einen Wettrennen. Ja, wir gleich schon, da wir Wettrennen machen. Lord Woosa mein Freund, Dankeschön und Willkommen. Warum bist du denn so langsam? Weil du mehr Freunde hast als ich. Guck mal, ich renne einfach an dir vorbei, Mann. Ja, du hast mehr Freunde. Ja, da waren die Freunde oben, ne? Ja. Ja, jetzt sind wir aber gleich ein bisschen. Ja, jetzt sind wir aber gleich ein bisschen. Bruder, du weißt, in meinem Gehirn da ist ein Meißel drin. Ja, richtig. Du brauchst ein neues Kraftwerk, ein neues Grafik, ne? Nee. Was denn? Neues Motherboard, ne, richtig? Ja, richtig. Also die ganze Quatsch. Vielleicht wir kriegen das für dich zusammen, dann kaufen wir das. Ich bin fast tot damit. Was? Ich hab dich ganz berührt, bis hinter mir. Ja, hoch. Du hast mir am Arsch gepackt, Mann. Geh weg von mir. Okay. Was denn? So weit auch nicht weg, Mann. Du hast gesagt, geh weg. Ja, Schoki, genau das ist das nämlich. Man muss da beim Hund kaufen extrem drauf achten. Vor allem bei solchen Modehunden, sag ich mal, ne? Wie Mobs und französische Bruderhunde. Ja, die Leute halten uns für eine Affenbande. Ja, wir sind die Affenbande von den Tanzclub, ne? Und wir wollen Spenden haben für die neuen Packetboarden. Weil wir haben den weggedanzt. Wir müssen links gleich abbiegen. Ja. Guck mal, du hast einen Amstaff, Mann. Ich würd's so gerne haben. Wirklich. Aber in Nordrhein-Westfalen ist schwierig. Ich hab ein Freund, ein türkischer Freund, der hat... Wenn ich einmal stolper, bin ich kaputt. Ich glaub schon vier Pitbulls gehabt. Immer wurde die weggenommen. Ich glaub dann gegen die Lichter aus, mein Freund. Bist du verrückt? Du wirst mich umbringen. Ne, hä? Auf gar keinen Fall. Doch, du bist gegen mir gelaufen gerade. Aber absichtlich, du hast so reingeschnitten. Du kommst aus Bayern und da kriegst du den Hund. Aber mit Wesenstest und so weiter, ne? Für ganz viele Zeug. Polizeiliches Führungszeugnis musst du abgeben. Willst du einen Auto raus? Ich soll einen raus holen? Ja, bitte. Was hast du denn? Was denn? Wo du? Also ein bisschen abchillen, Mann. Guck dir von hinten an, Bruder. Alles Beste. Gib dir Schüsse, warte. Ich bin's amt gestalt. Ey! Ja, du warst bei mir Bifahrer, Mann. Ja, war ich auch. Ja, ich bin Bifahrer. Jetzt sind wir beide Bifahrer. Aber du bist ja bei Bifahrersitz auf Fahrersitz geklettert. Guck mal, was machst du da? Ja, weiß ich nicht, was ich mache. War nicht Schule, Mann. Du sollst fahren. Du sollst fahren, Motherfucker. Warum geht der denn auf Bifahrer, Mann? Ich hab nichts gemacht. Scheiß Auto. Jetzt kann ich die nicht mehr aufmachen. Aufschließen. Warte, geh mal weg. Nein, ich bin Fahrer jetzt. Verstehst du? Okay. Guck mal, ich hab Notorious B.I.G. vorne drauf. Ich hab den doch schon gesehen, Mann. Den Kettenlenkerat. Ich hab alles hier drinne. Biggie, Biggie, Biggie. Aber ich würd den getrinte Scheiben wegmachen, ne? Sonst kann man das Schild hinterher nicht sehen. Nein, das ist ein geheim versteckter Schild. Man muss, wenn man mal einen Kopf schießen will. Von hinten, dann sehen die San Andreas, mein Freund. Die schrecken sich. Das ist sowas wie ein Kugelabfangsieb. Nur mit Löcher. Ja. Dobra, Mann, mein Freund. Dankeschön. Willkommen. Was sollen wir hinfahren? Aber der Biggie sagt immer zu alles Ja. Das nervt mich ein bisschen. Ja, weil sein Kopf wackelt, ne? Richtig? Ja, der sagt immer Ja. Guck, bist du doof, Biggie? Guck. Hast du gesehen? Bist du doof, Biggie? Das ist Notorious BLG. Schneid dich an, Mann. Ich hab eine Abkürzung. Bin, bin angeschnallt, ne? Aber mach keinen Scheiß jetzt. Du Profifahrer. Ich hab heute schon mal festgenommen wegen dir. Ja. Curtis, TS sofort. Ich hab nichts gemacht. Wir werden gekickt? Wir sollen in TS kommen. Ja, irgendwie sowas. Kommt alle in den Channel, wo alle sind. Okay. Gehen wir raus? Warte, ich mach den Motor aus. Gehen wir ganz raus, ne? Ja, hab ich dich. Wenn das wieder eine Fahrt ist, ne? Geht aus dem... Community. Community. Community-Besprechung. Okay. Meine Freunde, ich glaub ich muss die jetzt ausmachen, weil das ist eine riesengroße Community-Besprechung. Guck mal, 200 Leute noch da. Jeder, wo auf dem Server ist. Jeder, wo auf dem Server ist, muss da hingehen, glaub ich. Okay. Jetzt ging direkt. taxen. Pra wives. inen Meine Freunde, vielen Dank für die ganze Follower heute, Donations, vielen Dank, dass ihr wieder da wart, ich hab euch alle sehr lieb, ich liebe euch, ihr wisst das, mich freut das immer, das so gut läuft momentan und so, aber jetzt muss ich mich darum kümmern und mal zuhören, was die da sagen, ich kann das leider nicht schreiben, also nein, ich kann nicht anlassen, meine Freunde, man darf das nicht machen, das ist verboten, tut mir leid. Morgen wieder, 18 oder 19 Uhr, diesmal wirklich, ich werde mich darum kümmern, dass das funktioniert, ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht hier und ihr kommt morgen wieder, also heute Abend, und ihr wisst Bescheid, ne? Wer irgendwas noch möchte, wegen irgendwas, muss mich bei Twitch anschreiben, privat, meine Freunde. So, jetzt bämmt nochmal alle Herzen, bitte, sagt ein bisschen Liebe. Tomato, ich darf das nicht streamen, das ist verboten. Herzlichen, meine Freunde, komm, zeig ein bisschen Liebe. Wie bist du? Bei der bist du? Bis nachher, meine Freunde. Tschüss. Tschüss.